Bernd hat sich unglaublich viel mit dem Fußball auseinandersetzt. Er ist jemand, der wirklich 24 Stunden im Fußball lebt und ihn auch liebt natürlich. Nicht nur die tägliche Trainingsarbeit, sondern auch das Ganze drumherum, was um sein Team auch passiert. Natürlich haben wir deutsche Tugenden, das ist klar. Wir haben zusammen gespielt, wir sind beides Bundesligaspieler gewesen. Wir haben viele, viele gemeinsame Spiele auch bestritten. Das ergänzt sich natürlich sehr gut. Wir wissen beide, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Und was natürlich am Ende dann rauskommt, das ist immer die andere Sache. Aber wir arbeiten so, dass wir uns sagen können, uns selber sagen können, Wir haben alles dafür getan im Vorfeld eines Spiels, dass die Mannschaft gut trainiert ist und dass sie gut vorbereitet ist. Und ja, wir arbeiten jetzt knapp sechs, acht Monate zusammen. Und ich muss sagen, wir arbeiten viel im Detail auch. Und brauchen dazu natürlich auch lernwillige Spieler, Spieler, die viel aufnehmen. Und da muss ich sagen, war ich von Anfang an sehr überrascht, wie die Mannschaft viele, viele Dinge auch aufgenommen hat, auch Veränderungen aufgenommen hat, auch reagiert hat auf Veränderungen. Das war schon sehr, sehr gut. Und es macht einfach viel Spaß, nicht nur mit Bern, sondern mit dem ganzen Team zu arbeiten.